hallo und herzlich willkommen zurück hier zu minecraft ja ich wollte schon fast sagen zum reiter simulator also hat es gibt es bestimmt auch also ich meine irgendwo mal einen reiz simulator gesehen haben zu haben ja vielleicht sogar mal bei einem kollegen hier beim gardero oder so weil der spielt oft simulation auch hier und ich bin mir nicht sicher ob da sogar ja ich bin mir ganz sicher da muss man dann fährt auch striegel und so weiter naja gut es war jetzt auch nicht gerade springen das spiel es war lustig aber aber mehr auch nicht aber so als dauerbrenner fand ich jetzt so toll das hat wirklich klar breitersimulator oder so irgendwas ähnliches kreisen dann was das war nicht bei gardero oder war es jetzt sogar bei kronk hat er so was immer gemacht hier so ein komisches reiterspiel hier mal schnell durchgebuddelt wieder hier zwischen den bäumen da müssen wir mal in birken forest da wir herausgefunden dass wir da sehr viel haben von also wenn man birkenholz brauchen da kann man holzen ohne ende ab da geht es natürlich hier ja wohl toll nee da brauchen wir lang gucken wenn wir da einfach sozusagen vor einer wand stehen dann das hat der kein wert so jetzt ist es so extrem aber ich mache mir wieder mal weh ich und mein pferd so weiter geht's immer schön weiter so weit ich die beide tragen mein kleines pferdchen ja man dass das nervt ja weil das auch so lahm als ich abbauen geht hier die blätter ich habe halt keine schere der beine aus wie ich dann mit den blättern da kann man auch zeug mit bauen dann baumhauser verbauen habe ich aber nicht wirklich interesse jetzt dran sei denn ihr wollen das unbedingt haben dass ich das mache ja wer halt auch ein projekt bauer ein baumhaus aber dann ist man erstmal bäume pflanzen und irgendwie dass es dann zufälligerweise gewachsen aussieht weil sonst sieht es ja auch ein bisschen fahrt aus wenn ich das ja einfach mit holzbauer so ja die schafe die sind hier im wald in den birgenwald hier dass wir ein sumpfteil hier ist es jetzt okay hier gibt's pilze sunflower planes ach so da gibt's sonnenblumen ja es gibt aber glaube ich keine sonnenblumen kerne oder wo ist das da hinten oder da vorne je nachdem was ich betrachten möchte das hat aussehen wie ein sandberg da sind wir diese komischen bäume die habe ich ja wirklich versucht zu ja aber die nähe die gehen ja aber die anderen gehen nicht ja der eine sapling der will einfach nicht wachsen okay statik lässt grüßen aber in minecraft gibt es ja sowas nicht gibt es ja nicht wirklich physiken hier also sand ja gut sand fällt nach unten oder schnee oder kwe leben also kies aber ansonsten gibt es in minecraft keine wirklich physik hier ich weiß gar nicht wo damals der eine tempel war da wo man sie ja halb in die luft gesprengt haben wir haben wir in die luft gesprengt wir waren ja glaube ich tot sogar ja also sowas findest du einmalig es gibt ja auch unter wassertempel aber die zu finden ja da ist schon überhaupt keine geduld weil du musst darum tauchen und bist langsam im wasser und so das muss nicht sein das muss ich mir nicht geben und wenn da müsste man eh irgendeinen helm haben wo ja uns luftatmung und ermöglicht im wasser so 1,5 kilometer haben jetzt hier noch drauf dann savant plateau so jetzt müssen wir gucken ja das ist sehr plateau mäßig jetzt macht's der wieder doch nicht gut aber gut gemeistert hau ab hau ab lasst mich in ruhe knabber thema jemand anders dann aber nicht mich club ah nee ich brauche kein zauberer er lebt noch erlebt erlebt doch wann immer wenn ich hier so langsam laufe ich muss hier weg holt mich heraus ich bin ein star ja guckte sei vielleicht irgendjemand also ich mag es nicht unbedingt ich habe das am anfang aber geguckt aber was ist denn da noch drin da 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 gehen leute rein total abgehalte stars ja die kennt man und denkt naja was will der jetzt da drin oh das ist ein wüstendorf kennen wir das schon ich weiß es nicht aua creeper man spinnie man irgendwas man das sieht eindrucksvoll aus schon irgendwie ja ich schaue mich mal hier um also schnell schaue ich mich hier um weil ja da geht es halt ziemlich ab hier hä aua habt ihr hier ne dings ne oh was ist das hier cool ok das minu du blöde skelett das ist ja einmal stark gemacht hier ja ne die haben keine schmiede glaube ich guckt her bei solchen der von dem man gern nach schmieden ne jetzt aber so auf die schnelle halter durchgeritten ist halt auch so eine sache ja das ist 1,2 kilometer von uns da zu hause entfernt hier so schnell hier durch den dunklen wald durch so bei den sieben zwergen und der bösen hexe so hier ja ein haufen creeper aua das war mein pferd lungjunge das geht so nicht hier das ist praktisch man kann auf dem pferd eben reiten und essen dabei und wird nicht langsamer weil beim laufen wird man ja langsamer wenn man was isst sollte man mal gucken geh mal irgendwo rüber ist da eine seichte stelle ah da ist ein ender kender man ich will dich nicht voll angucken aber ich möchte dich auch aua machen äh ja jetzt ist er ins wasser geblumst ja der zombie den will ich eigentlich nicht haben hier ne der hat keine perle gelassen ok ich muss mich da heilen moment erstmal orientieren und rumreiten hier äh wo sind wir denn jetzt hier naja da gibt's z drüben so wie gesagt wir brauchen eigentlich gar nicht in die weile der reise zu gehen hier ohne um uns hier endermans zu suchen die kommen mit der zeit hier so 60 tisch ja schießt euch gegenseitig tot das finde ich auch ganz gut und lasst mir dabei die ruhe so 700 meter noch ja wir haben es bald wieder geschafft ey aber ja das waren 7 km auer in der entfernung hier so jetzt muss ich mir doch mal kurz das ding hier drüben angucken da war was naja das sieht aus wie ein häuslaser aber nicht pump ja macht der prima weitermachen so verschießt einfach eure pfeile ja die haben ja endlos pfeile die können hier sich die irgendwas einen Rippen holen so auf wiedersehen blättergrieber ja ist schon gut ja da muss ich wieder ausweichen da muss ich zwischendurch oh ja schöner pfeil neben mir einschlagen da bisserl entfernt ja genau schießt ein zombie ab der freut sich vielleicht lässt da auch ein körperteil bei euch liegen äh der ist glaube ich gerade ein Hase kaputt gegangen hat sich so angehört so das scheißpferd wieder bissle so zu hause jawoll zu hause wollen wir sein jetzt im ernst hier blonk servus auf wiedersehen servus auf wiedersehen so da ist die Falle da ist die andere Falle unverkennbar hier der Block eben der große Kasten jetzt lass mich nur wieder gucken wo ich da rüber komme am besten so einmal hier jawoll sehr schön zapp 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 unsere Falle funktioniert immer noch so servus ihr klein monster hier ich reite bei eben durch ja ich möchte nach Hause so jetzt müssen wir gleich mal gucken in den Pferch reinhüpfen ja wie gesagt der eine Baum hier der ist gewachsen aber der andere wächst nicht hui jawoll hast du fein gemacht mein Pferdchen joo wo bist du denn jetzt ah da ja hast du wirklich fein gemacht hatten wir eine 2-Kristallrüstung jetzt war so die Frage hatten wir nicht 2 naja gut egal eine haben wir auf jeden Fall diese eine Diamantrüstung halt ja ich wollte was essen so jetzt hat er ja genau wieder die Glasscheibe rennen da ist jetzt nichts gewachsen weil wir nicht im Biom waren dann wird der Junk eben nicht weiter berechnet wenn man weit genug entfernt ist na du der will nur Futter ich hab aber grad keins aber hab ich ah doch ich hätte Spinaugen die sind eklig so hauen wir wieder rein im Prinzip brauchen wir die in etwa die fermentierten Augen da oh Zuckerro habe ich auch dabei äh aha ich habe ja aller Handzeugs dabei ne da kann man eigentlich papiert was war noch Zucker hm na gut na gut wir hauen es erstmal hier in die Tonne so Rosenstrauch hm hab jetzt keine größere Verantwortung dafür oder Verwendung die braucht man nicht die setzen den können wir woanders hin das ist ja da noch ein bisschen Faden rote Beete haben wir eine gesammelt gut äh den Rest können wir raus geben und zwar ne da haben wir da haben wir eine rote Beete Samen äh wo haben wir denn die rote Beete was ist denn da drin da kann ich Weizenkörner reinpacken aber die Saplings kann man hier reinpacken ja so das Fleisch müssen wir auch noch vorräumen hier ja also wer möchte einen Hund adoptieren mit seinem eigens erfundenen Namen dann bin ich immer dafür da oder wollen dann scharf sein oder wollen dann Schweindel haben oder ein äh ja oder sogar ein Pferd oder hier Kuh ist alles möglich hoffe ich doch mal ich weiß es nicht äh das lasse das könnte man eigentlich auch ablegen warte mal jetzt gehen wir erst nochmal äh falsch abgewogen hier in die Küche dann so rote Beete ablegen zack Pilz äh da haben wir Kies ja ohne Moosen Kies nix los ein Pfeil zu viel ja da hätte ich halt noch Namensschilder erstmal hier man kann noch mehr bauen mhm ja wieder so ein Spezialgrasblock hier hm das sind ja mal Kuriositäten wo man da hat ab und zu ne so wie wartet das jetzt eigentlich mit dem Ende Auge ich hab doch noch eine Perle irgendwo ja hier jetzt haben wir schon drei ich glaub mit Lohnstaub konnte man da draußen Auge machen ja ja Ende Auge drei Stück können wir bauen und den Rest geht nicht mehr was ist das jetzt kenn ich so einen komischen Kristall und das ist eine Enter-Truhe jawoll das wollen wir aber alles gar nicht haben dann kommt wieder da rein gepackt ja gut lange Rede kurzer Sinn ich kann euch mal die Funktionsweise dieses Enter Auges zeigen das heißt Moment erstmal lege ich das Lasse noch zurück so da ist mir eins abhanden gekommen das waren früher mal sechs jetzt sind es halt nicht mehr sechs so 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 jetzt muss ich ja ich möchte hier rüber springen so Ende Auge genommen und wenn ich das jetzt in die Luft werfe äh ah da hinten aber jetzt habe ich nicht gesehen was es macht ähm ähm ich weiß nicht mal genau wie das war das fliegt nach oben schwebt da rum und wenn da mal da so eine Fortis wäre dann würde das nach unten sausen ja und es hat aber eine 20 prozentige Chance dass es verloren gehen könnte das Auge also es weist jetzt in die Richtung das ist natürlich ja da ist jetzt ein Baum bimp ich will dich weiter haben ich meine bis jetzt haben wir gerade Glück dass wir hier das nicht verlieren das Auge ne so ah ja ich glaube jetzt hat es sich gerade aufgelöst ja genau ja ich glaube da kann man ein ganzes Stück laufen und äh ja das Problem ist jetzt da kommt halt mehr ne ja es müsste in die Richtung hier gehen also Richtung Süden so wie es ausschaut ja gut aber da müsste man ja schon fast mit dem Boot fahren dann weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit schwimmen so Moment ich hole mal unser Boot am Steg dann begeben wir uns mal mit den drei Augen hier oder zwei sind es jetzt noch begeben wir uns dann mal auf die Reise wie gesagt ähm ich werde mir vielleicht die Augen sogar über äh Game Mode holen oder beziehungsweise Item äh Konsole dann weil weil sonst müsste ich jetzt gucken wie ich da die äh Endaments zusammenfarm und äh das ist ja eigentlich ne langwierige Sache und das möchte ich euch nicht zumuten so da ist unser Bötchen äh wie steigt man da eins hoch ja äh wo ist denn hier vorne und wo hinten ah hier so gut äh hier unter unserer Brücke durch so jawoll na ihr Schafi da würde ich mal sagen wir fahren mal Richtung Süden bis zum nächsten Land da knarzt mein Stuhl wieder ja so kurz vor Folgen Schluss ja wir fahren einfach mal in die Richtung hier würde ich vorschlagen und da lassen wir uns das Auge mal springen aber mal gucken so da drüben kommt wieder eine Insel sind wir eigentlich schon mal Richtung Süden gefahren ich weiß es gar nicht ich glaube schon wir sind mal irgendwie da um die ganze Sache rumgefahren haben auch schon mal eine Tour gemacht jetzt sind wir wirklich im Oisin äh Biom ich meine wir könnten natürlich gucken ob wir hier eine Festung finden unten im also so eine Ozean Festung oder Tempel sind es eigentlich das sind keine Festungen aber das ist ich glaube nicht also ja das ist auch wieder so eine Kuriosität die man mal finden könnte aber das ist halt schwierig ne so das ist ja aber auch keine große Insel glaube ich ne das ist keine sehr große Insel aber warte mal können wir kurz hier an Land gehen dann lassen wir uns das Auge hüpfen hier jetzt ok wo ist es hin äh wo ist es hin ach das ist da äh da runter gefallen also gut wir müssen ein bisschen mehr nach Osten na ach mit links klick wieder einsteigen genau früher sind ja die Boote sehr leicht kaputt gegangen kaum so ein bisschen gegen einen Block erfahren klack hast du die Einzelteile in der Hand gehabt so ja nur aber bisschen Ost-Süd Süd oder wie nennt man es? Süd-Süd-Ost genau so glaube ich Süd-Süd-Ost müssen wir fahren boah guckt euch die Qualen-Kolonie hier an wow 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 he he stark jetzt auch unter Wasserhüllen hier oder so das sieht fast so aus so naja vielleicht noch ein bisschen Richtung Süden so rum und da drüben ist wieder eine größere Landmasse so so ich müsste dann wenn ich hier aber an Land gehen würde oder ich fahre mal außen um die Insel rum weil da müsste ich das Boot abstellen müsste eigentlich einen Marker setzen wo dann unser Boot ist ja nicht dass wir das verlieren ne so da gibt es auch wieder diese Akazenbäume oder was auch immer das sind ah ne das sind auch nur Insel warte mal der Kartenzoom der passt mir überhaupt nicht ich mach den mal wieder ja das war jetzt gar nichts so ja ich leg mal hier an ich mein Anliegen gibt's ja ich schaib mal kann das Boot ja nicht mehr festbinden irgendwer schnorcht da irgendwie unten drunter so wir richten natürlich auch so Süd-Sütt-Ost aus ah ne wir müssen jetzt weiter nach Westen ah und da ist das Auge verpufft ja Südwesten ist angesagt so hopf ja komm wir machen das einfach mal so in die Richtung Südwesten ja ich werde das mit einem Auge das nicht finden das ist das Problem Moment mal was ist denn das da unten ist das ist das ein Palast äh Leute schaut euch das an schaut euch das an ja da bleib mal stehen ja und jetzt zeige ich aber sorry ich bin jetzt fies vielen Dank fürs Zuschauen wir schauen natürlich weiter wo wir vielleicht ne Festung finden und den Tempel werden wir uns auch angucken ja aber in der nächsten Folge eben ja soviel bitte Geduld noch haben und dann sehen wir uns eben beim nächsten Mal wieder und ich hoffe es hat euch wirklich super gefallen ja hinterlasst mir doch einen netten Kommentar ein Like oder sogar ein Abo ja tschüss sagt euer Legolas ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020